Danke, sehr lecker. Möchten Sie auch mal unseren Neuenhagener Mittelalp probieren? Ja, gerne. Mh, der ist ja lecker. Darf ich nochmal? Gerne. Wenn er Ihnen so gut schmeckt, dann kaufen Sie doch eine Packung. Eigentlich ist für jeden Kunden nur ein Stück gedacht. Hm. Oh, ja, was gibt es denn hier Schönes? Oh, Käse. Ja, das ist ja wunderbar. Da probiere ich wohl mal. Mh, köstlich, köstlich, deliziös. Ein Gaumenschmaus. Ja, na, weil das sieht ja interessant aus. Gelbe Wurst. So was hat es bei uns früher nicht gegeben. Oh, ja, 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 ja. Gaumenschmaus. Uh, ah, ja, 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 ja. Da, ja. Kids! ändig! Idiot. Möööööööööööö! Applaus